Musik Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, ich bin mich Yvonne, eure Leseratte, nein, ich bin Stetti von Lady of the Books und ich glaube, dass ihr, ja, die ein oder andere Frage an die liebe Leseratte habt und ja, wir haben einen kleinen Hangout geplant für den, ja, 2. Juni, das ist ein Sonntag, um 19.15 Uhr und da möchten wir, oder wenn man sagt, ich möchte, der lieben Yvonne viele, viele Fragen stellen und es sollen eure Fragen sein. Eure Fragen sind gewünscht und ich hoffe, ihr macht reichlich mit. Alle Kommentare, die irgendwie eine Frage beinhalten in diesem Video, werden in diesem Hangout beantwortet und wundert euch nicht, wir werden diese Kommentare auf, ja, versteckt halten, damit, ja, ihr nicht seht, was ist schon gefragt, sondern wir wollen von jedem von euch die Fragen und ja, ich hoffe, das Reinhacken in den Kanal von Leseratte Yvi hat sich gelohnt, denn ich wünsche mir viele, viele Fragen von euch, die ich dann, der lieben Yvi, live stellen werde und ja, seid dabei bei unserem Hangout am Sonntag, den 2. Juni um 19.15 Uhr auf einem unserer beiden Kanäle. meinen Kanal findet ihr unten in der Infobox verlinkt, ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei mir vorbeischaut und ja, besonders freue ich mich auf eure Fragen und auf unser gemeinsames, großes Hangout, jetzt ist er schon groß und ja, schickt uns eure Fragen, ihr habt Zeit bis zum 31. Mai, dann machen wir Cut und sammeln alle Fragen zusammen und ja, wir freuen uns dann auf das Hangout mit euch, ich verabschiede mich nun leise und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!